Oh, du hast deine Beißschiene eingesetzt, dann werden wir wohl nicht... Du weißt schon. Oh, oh. Wir können doch trotzdem rummachen. Wirklich? Ich muss mich nur kurz drauf einstellen. Schatz, ist schon gut. Ich muss nur... Attacke! Ich hab euch lieb! Meine Frau und ich wollten ausgehen. Eigentlich wollten wir schon früher hier sein, um noch einen Tisch zu kriegen. Haben sie wohl nicht ganz geschafft, hä? Wir warten da vorne. Okay, hab sie schon vergessen. Gut. Triple Horn, zwei Personen. Vielleicht sollten wir woanders hingehen. Dieser Abend soll was Besonderes werden. Triple Horn! Hier. Was machst du denn? Wir sind die Triple Horns. Prima. Verzeihung, Mr. und Mrs. Triple Horn. Aufstehen. Sofort. Schatz, aufstehen. Sofort. Habt ihr wirklich geglaubt, dass wir Joe Miletto bestehlen können? Das ist ein großes Missverständnis. Wir sind Phil und Claire Foster. Oh Gott, nein! Er hält sie seitlich. Todeschuss! Das ist ein Todeschuss! Wir werden sterben! Ich will auf keinen Fall, dass deine Mutter die Kinder kriegt. Sie ist furchtbar! Ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Nicht zu fassen von deinen vielen hundert Klienten. Erinnerst du dich ausgerechnet an den? Na ja, ich hatte schon immer ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Claire Foster. Hey, hey! Mann. Ich mache privaten Personenschutz, Regierungsstürze, verdeckte Operationen. Sie sind aber geschickt mit ihren Fingern. Polizei, aufmachen! Oh Gott, das sind die Männer! Ah! Oh Mann! Kreuz aus! Schatz, bewegt dein Arsch! Wir werden die Triple Horns finden. Was wollen sie hier? Wir hatten keine Reservierung und haben ihre genommen. Jetzt denken die, wir werden sie. Sie haben sich einfach unsere Reservierung gekreilt? Was für Menschen sind sie noch? Ist doch keine große Sache! Die haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Date Night. Gangster für eine Nacht. Phil, Claire, das ist Natanja. Ihr zwei macht Sex. Mit uns? Nein, danke. Danke. Nein. Aber es ist doch sehr nett, dass sie gefragt hat. Demnächst nur im Kino.